Wie für einen König. Wir schlafen schön heute Nacht, gehen morgen früh fröhlich nach unten, erzählen von der Schiffskatastrophe und unsere Frauen werden nicht den geringsten Verdacht schöpfen. Ich bin dir zu außerordentlichem Dank verpflichtet. Wofür? Für die miliziöse Sortfall, mit welcher du deine definitiv formulierten Imaginationen exekutiert und uns aus diesem desasterhaften Dilemma eliminiert hast. Und auf der anderen Seite wiederum, äh, geh ins Bett. Eliminiert. Jetzt halt das Bett für mich fest. Na, ist das nicht schön so? Oh ja, das ist es. Wir fühlen uns wie die Budel in ihrem Körbchen. Nicht Budel. 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 Vielen Dank.